Yo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Wars Battle on the fucking Front mit dem Mother-Battler Quantum. Hey Mother-Trucker, yo, 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 was geht ab hier? Yo, wir sind wieder am Stizzle-Venizzle und wir sind Rebellen, Rebellen-Pack, Abschaum. Wir werden jetzt sowas von, äh, von linken Stationen. Ich werde schon bombardiert, ich werde schon bombardiert. Was hab ich denn hier gerade genommen? Nein, keine Ahnung. Achso, ich hab den... Was, was ist das für ein kleiner Androide? Oh ne, er ist allangetisch nicht zu mir. Ich hab'n Kill. Als Rebell. Und noch ein Kill. Ich brauch' unbedingt irgendwas Mächtiges, weißt du? Ach ne. Damit kann ich arbeiten, mit mächtigen Dingen. Oh, dieser... Ich krieg' grad hier ziemlich auf die Mütze. Oh, ich hab' hier mein kleines Geschütz. Mir geht's eigentlich ganz gut. Ich halte durch. Ja, wie wär's, wenn du diesen... Roboter hier... Ich verteidige doch. Ich verteidige und darum geht's, oder? Ja, 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 ja. Verteidigen ist alles. Ich werd' hier nur... Sieht denn hier niemand? Wo sind denn die Gegner? Hallo, Gegner. Ja, ich... 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 Ich seh' sie nicht, ich spür' sie nur. Ne, irgendwie keine Gegner hier. Ich würde ganz gerne Gegner töten, aber... Es bietet sich einfach nicht an. Okay, aber sowas, dann verteidige ich hier auch nur auf meiner Seite. Ist mir doch Wurst. Man muss sich immer hier angreifen. Ich hab' keine Gegner. Okay, hier war jemand. Ich seh' niemanden. Yes! Oh, nein! No! Death, nein! Hat mich zerlegt. Da ist jemand in dem Turm drinnen. Ja, und die Türme sind ganz schön dirty. Wenn ich das mal so sagen darf. Ich bin froh, wenn ich ein Jetpack hab'. Wir haben die Ablinkstation aktiviert. Gute Arbeit. Ich bin ja noch immer am Verteidigen, weil... Naja, mach du mal, mach du mal. Na, ist jetzt nicht gerade spannend, aber... Was soll ich machen? Naja, wir holen uns halt hier ganz gemütlich den Sieg. Du könntest diverse Boni einsammeln und vielleicht bekommst du einen Strike. Und damit hätten wir dann direkt gewonnen. Direkt? Naja, im Grunde schon, oder? Stimmt, äh... Oh, da hinten... Was? Was hab' ich jetzt trainiert? Oh, fuck, das war das Falsche. Ich hab' vergessen. Yes! Das ist meiner! Was zum... Thermal! Hat mich gekillt. Thermal. Ich spawne bei dir. Ja, ich bin hier nur am... Verteidigen. Hier und da... Oh, 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 oh. Ich werd' Han Solo. Nein, Moment! Weg damit! Weg mit dem Thermal-Shit. Yes! Drück die vier! Und jetzt ganz schnell, ganz schnell Han Solo Boah, wie er hier ganz lässig rüberläuft Der Harrison Ganz gediegen aus dem Schnee Hier kommt kein Gegner her gerade Das ist sehr interessant Haben wir Gegner? Ich meine, ich sehe hier niemanden Nun ja, das Spiel ist voll Also von der Seite aus Das müssten schon Gegner irgendwo hier in der Nähe rumrennen Wir müssen da drüben sein, bei dem anderen Bei mir hier ist Ich geh mal rüber Ja, du bist so bedrohlich, weißt du Die sehen dich und sagen, nee Es gibt Grenzen, Leute Es gibt Grenzen Was hab ich jetzt? Wo sind die denn? Sind die alle irgendwo oben? Ich sehe keine Gegner Ich sehe absolut keine Gegner Ne Oh, wir können angreifen Oh, okay, okay Han Solo regelt Han Solo regelt Guck mal, wie der runter geht Get an Orbital, fuck Ich hab da bekannt Der eine ist ja schon beinahe kaputt Ja, ja Ganz gemütlich Zerlegen wir den Na, Mist Zu früh Ich kriege hier noch ein paar kleine Points Mit meiner Waffe Aber ein Wow, wow, wow What the Hat der mich zerlegt? Der AT-ST hat mich so schnell zerlegt Ey, warum sind die denn alle hinter uns? Vor uns ist niemand, hinter uns sind alle Oh, das zieht gut Ich brauchte irgendeinen starken Angriff Und ich bin schon wieder down Mann Aus irgendeinem Grund sind alle hinter uns Und ich starte hier natürlich mitten in einem Orbital-Strike Das ist ein gutes Gefühl Oh shit, da ist ein Gegner bei mir Da ist ein Gegner bei mir Wie kam der durch hier? Das ist echt ein gutes Gefühl Ich komm und bin tot Der eine ist fast down, der auf meiner Seite war Ne, ne, der eine Der ist bei unter 10% Wie es scheint Okay, jetzt ist es vorbei Wow Boah, wir haben gut abgezogen hier Ja, wir haben verdammt gut abgezogen Aber ich komm hier rein und bin permanent tot Ich sollte aufhören zu spawnen Ich spawn immer nur in den Tod Nein, nicht No, ich spawne und ja Ja Wow Jetzt bin ich hintereinander Sechsmal gestorben Sechsmal durch spawnen gestorben Sechsmal Das ist geil Oh, oh nein Ich renne direkt in die Granate Rein und tot Rein und tot Yes Die Granate hat gesessen Au Au Oh, der Turm Kommt schon, aktivieren Jungs Aktivieren Oh, der ATSD ist genau beim Abblick Beim Eingang Draußen Wieder zerlegt Ja, geht raus hier Greift an Meine Güte Ich glaube, der ist down Stehen alle vor dem Eingang Schießen auf den ATSD Dass keiner vorbeikommt Ne, 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 der ist schon down Oh, 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 oh Han Solo, Han Solo, Han Solo Han Solo, Han Solo Han Solo Hier sterbe ich wieder permanent Ja Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Oh, nice Jetzt aber, bitte Gib mir Gegner Was tue ich nicht alles für die Prinzessin Gediegen Absolut gediegen Ohne Shit Da rennt Boba rum What? What the? What is this? Wer schießt denn hier so heftig? Rückzug Wow, wow Lasst mich durch Ich bin Wichtig Ich bin ein Held Die machen mich mit einem Schuss hier Okay, vielleicht hatte ich so wenig Oh mein Gott Es ist wieder hier Spawnen, hinreinend, sterben Spawnen, hinreinend, sterben Macht Spaß, oder? Hm, ist echt super Ja, ich bin wieder Was ist das hier? Boom, tot Das ist ja witzlos Wo sind die denn? Wo sind die Feinde? Yes Mr. Solo What the fucking hell Achso, eine intelligente Rakete hat mich gerade Okay, ich bleib genau hier Ich mach jetzt fieses Campen Die kommen hier durch Gelegentlich Ich halt hier die Stellung Als Mr. Solo Genau da, wo ich bin Kommen keine Gegner mehr Hast du Gegner gesehen? Ey, was ist hier vor mir? Ich seh nicht wirklich was Ich seh nur nen Namen Schieß ich Okay, attraktiere die Kampfläufer Alright Yes, einer ist down Einer ist down Direkt hier zerlegt Richtig schön Der andere hat auch nicht mit viel Haben doch schon gewonnen Wir haben doch schon so gut wie gewonnen, oder? Der ist bei 20 Oh fuck, Boba War das? Ah ja Assist? Echt jetzt? Fuck, Boba hat nix mehr Egal, wir haben gewonnen Wir haben gewonnen So gut wie Wow, 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 wow Ich hab gar nix mehr Ich komm raus und Ja Ah, da wurde ich erschossen Von wem denn? Egal, ich spawn hier bei dir Wo bin ich denn hier? Also wenn wir den nicht down bekommen Das wär echt traurig Das wär echt Richtig traurig Ja, den muss man ja nur angucken Einmal am Kabel ziehen Und der ist weg Ein böser Blick Und der explodiert Der läuft nur noch auf drei Beinen Wow, 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 wow Wo sind sie denn? Na, nochmal hier so ein Held spielen Wär ne feine Sache Ein einziges, gell? Da würde ich nicht nein sagen Oh, fuck Mir ging die Moon aus Beziehungsweise Überhitzt Oh, komm schon Komm schon Ja, reaktivieren Verteidigen Ja, da ist ja gar niemand mehr Nein, nicht Orbital No, 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 no. Oh. Boba down. Ach, komm schon! Warte, warte, warte. Jetzt. Komm, es geht doch hin. Ich versuch eben, das aufzupicken. Also die erste Hälfte ging noch. Da hab ich nichts gemacht. Ich mach das Ding. Ich mach das Ding. Nein. Oh, shit, Gegner. Und Granate. Und Granate. Ey, wir müssen das gewinnen. Wir müssen. Fuck, aktivieren hier. Das gibt es doch nicht. Oh Gott. Oder Luft zerstört worden. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt. Ich gehe ran. Deckung geben. Aktiviere denn shit. Ich aktiviere. Ich ehe. Ich habe Gehäts. Sehr gut. Perfekt. Verteidige mit meinem Leben. Verteidige. Ich bleibe jetzt hier und verteidige. Bleib hier, ja. Bleib genau hier. Wir werden haben, was da ist. Komm schon einmal. Der muss noch einmal hier drauf. Und dann ist es vorbei. Wow, da drüben kommen die ATS-T. Zwei Stück. Gar nicht schön. Gar nicht schön. Granaten, Granaten, Granaten. Wow, jemand hat... Die kommen, glaube ich, hier durch. Durch den Graben. Granate, yes. Die war gut. Die war richtig gut. Verteidigen, verteidigen. Komm schon. Komm schon. Ja, ich weiß. Der ist so gut wie down. Bei PM Schutz, shit. Ihr könnt mich alle gerne haben. Ja, ja. Ja. Ja, komm. Oh, komm schon. Und, und. Ja, sag mal, was ist denn hier jetzt? Oh, einen weggeholt. Ihr, den müsst ihr doch mal. Wir haben doch beide. Boah, ich bin tot. EE3. Oh, Gott. Wir haben doch hier beide. Wieso geht der denn nicht runter? Oh, nein. Hier ist Boba. Oh, ja, sicher. Ich spawne bei dir und der schieße mich um, der Boba. Zielerfassung des Y-Wing abgeschlossen. Er ist immer noch hier. Stirbt, Boba. 30 Prozent. Also, Boba hat nicht mehr wirklich viel. Was ist denn jetzt? Ich tue... Boba down. Und, was bekomme ich hier? Ein Schild. Hier. Oh, perfekt. Oh, nein. Hält das Schild? Hält das? Oh, ja. Ja, das funktioniert. Jetzt, jetzt. Drauf! Puste ihn um. Und weg ist er. Gott sei Dank. Halleluja. Es wäre echt traurig gewesen, wenn wir das verloren hätten. Boah, Quantum. What the fuck? Oh, ja. Ja. Gibt es dafür eine Auszeichnung? So eine Teilnahmeurkunde? Ja, er war auch dabei. Er hat mitgespielt. Darauf kommt es an, ne? Geht nicht um den Sieg, Quantum. Ich habe verteidigt am Anfang. Ja, ja. Du hast auch irgendwas gemacht. Hey, es muss auch Leute geben, die Kaffee holen. Besonders, wenn es so kalt ist. Die braucht man auch. Gut. Das war es schon wieder. So schnell kann es gehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bewertung nicht vergessen. Und tolle Kommentare, damit Quantum nie aufhört, Kaffee zu holen. Danke fürs Zusehen. Und... Tschüss! Tschüss!